so morgen liebe youtube gemeinde ja für mich heißt es jetzt so letzter tag gleich geht es los gleich werden wir abgeholt und dann bin ich auch wieder für euch da ja macht euch mal gespannt gespannt auf was neues ja gefasst auch was neues also werden jetzt ein paar videos kommen die so über ein paar arbeiten sind aber auch ein paar vergleiche über häxler da werde ich auch was vorbereiten und das sollte erst mal gewesen sein ich bin auf jeden fall ab morgen wieder im lande und ja dann wird auch schon gleich am dienstag beziehungsweise mittwoch losgearbeitet und dann werden noch zum gleich anfangen zum wochenende denke ich mal wird auch ein video folgen irgendwie freitag samstag muss man gucken wie ich das hinkriege weil im moment ist natürlich jetzt wenn ich wiederkommen erstmal super stress ich habe jetzt schon wieder ein paar anfragen gekriegt dass ich da erstmal hin muss und mir das angucken muss aber das werdet ihr alle leben also wir sehen uns ja zum wochenende bis dahin macht gut euer kreifung daten land